Besuch in Königsmoor Und mit den Knien, mach das nochmal mit den Knien Oh, das ist ein reines Zirkuspferd Zurück, guck mal Wunderbar Wie heißt sie? Penelope Penelope Wie alt war sie nochmal? Penelope wird elf Elf Jahre Und die werden so alt wie ein Mensch Über 30 Jahre Herrlich Penelope Drollig Warten Warten Schräg Schräg Super Klasse Und wie lange hast du sie schon? Zehneinhalb Jahre Oh, wie schön Die ist quasi bei uns groß geworden Die ist vom Züchter gleich zu uns Toll Wie nennen sich die Shetland Ponys? Mini Mini Shettys Wunderbar Und da musst du wirklich jeden Tag was mit tun Sonst werden die zickig Jeden Tag Ich mach's zumindest jeden Tag Ja, das machst du gut Die hält dich fit Ja Mach nochmal Huf Mach nochmal Huf Mach nochmal Huf Mach nochmal Huf Jetzt hast du keine Lust mehr Jetzt hast du keinen Bock mehr Aber hübsch, ne? Hübsch Ja Unser Zirkusbär, ne? Ja, ne? Ja Sind wir befreundet da schon? Ne, machen wir beide Machen wir jetzt, ne? Ja Oder sind wir schon? Erwin Hilbert Ne, ich guck Ich steh da Ich hab da so ne Mütze auf Und dann mach ich so Das bin ich Es gibt mehrere Hilberts Ach so Ja, ja Und dann siehst du den Film Du bist ja nie Du bist so süß Ich kann dich immer knuddeln Warte, warte denn Kupsel Ne, da gehen wir heute nicht lang Da sind ganz viele Küche Und für wen ist das? Das ist jetzt für Ne, da sind Haken Ach so Da kümmert sich immer keiner richtig drauf Ich kann das immer nicht haben Da hast du ein Herz für Tiere, ne? Ja Und die stehen immer ein bisschen Guck mal, ich hab da auch eine Tür Der Lütte, ne? Guck wie er da sitzt, ne? Ja, ja Ein Mops kann in die Küche und schall Ja, und schall dem Kocher ein ein Ist er nicht süß? Ja, ich hol den mal Ich hol den mal Ich hol den mal Ich krieg jetzt einen Freund, der ein Mops kommt